Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute wieder eine fette Runde OmmeTV. Allerdings wird es heute, also ich hoffe, das wird jetzt nicht zu lange dauern. Wir werden heute nämlich eine bestimmte Person suchen. Auf jeden Fall werden wir mal einen kleinen Bruder suchen. Und übrigens der Winter-Editions-Merch ist nur noch wenige Tage verfügbar. Nur noch bis zum 31.01. Der ist reduziert. Erster Link in der Videobeschreibung. Dadurch ist er weg. Ich würde sagen, ab in OmmeTV. Ich habe eine Flasche gerade fast ausgerufen. Ich muss aufs Klo. Okay, ich habe keinen Ahnung, ob... Hallihallo. 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 Hallo. Ja, moin. Meister, was geht? Nichts bei dir. Oh, nicht so viel. Ey, würdest du vielleicht eine gebrauchte Zahnbürste kaufen? Für wie viel? 250. Ist die elektrisch oder nicht elektrisch? Nicht elektrisch, aber Free Shipping. Oh, das hört sich gut an. Ja, Herr Kababera. Hallo. Hallo. Das ist nicht mein Bruder. Das ist nicht dieser YouTuber. Dieser Typ. Jonas. Nein, ich gar nicht. Ich heiße aber auch so. Ja? Ja. Hä, bist du ich denn? Nein. Doch. Ist das nicht echt so von Max? Von diesem YouTuber? Nein! Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, das ist dieser eine YouTuber. Wallah, ich störe ich... Das ist echt so... Das ist echt so... Das ist echt so... Das ist echt so... Das ist wirklich... Max, wie geht's? Suchst du dir deine Eltern um 3 Uhr nachts? Suchst du dir deine Eltern um 3 Uhr nachts? Ne, diesmal such ich meinen Bruder. Was sagen ist ganz amüsant heute. Deine Katze? Gestern auf dein Video um 3 Uhr nachts, du bist 3 Uhr nachts mit deinen Eltern angeguckt und dann war immer Chaos. Try Max! Was geht? Äh, sieht's aus wie er? Stabil, Bruder. Wetter, schön. Was? Was isst du? Was? Hat er seinen Lautstärke auf 5 gehabt, also 5 Prozent. Ich muss aber ein ganzes Eltern rufen. Hallo? Bist du auf OMBITV? Ja. Ich bin schon auf OMBITV und such dich. Ich fang jetzt am Schauen. Perfekt. Servus, hast du meinen Bruder gesehen? Halt's Maul. Ey. Ja. Ich hab nen kleinen Bruder, der ist ja irgendwo auf OMBITV. Hast du den? Ich hab den gesehen, zufällig, so klein irgendwie, so 11 ungefähr. Oh, nein, 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 das ist dieser YouTuber, das ist dieser YouTuber, der hat eine Freundin, der hat einen, das ist dieser Max, der heißt Max oder so. Warum hast du so ne Helmleuchte auf? Wollt ihr jemanden grüßen? Grüße meine Freunde Hanna, Honeyfuchs, Grüße gehen raus, grüß meine Mama. Mein Bruder habt ihr zufällig nicht gesehen hier, oder? Ich bin noch dran. Okay, 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 okay. Ich will nur meine Mutter grüßen. Hallo? Habt ihr meinen Bruder gesehen? Bist du der YouTuber? Bist du der YouTuber? Hallo? Und der ist 11. Bist du ein YouTuber? Habt ihr den gesehen? Bist du ein YouTuber? Okay, Leute, ich will sage, ich skipp jetzt einfach ein bisschen durch und hoffe, dass ich möglichst schnell Ash finde. Ach, ich tue schon wieder. Treffe ich Leute jetzt schon doppelt, dreifach gefunden und nicht mal Ash gefunden. Ich hoffe es wird nichts. Okay, noch wird nicht aufgegeben. Chill jetzt hier im Liegen. Und warte, bis ich ihn irgendwie hab. Kann doch nicht sein, ey. Wo ist der? Ja. Halbe Stunde ist glaube ich gleich geknackt. Man muss mich mal geben. Man chillt einfach eine ganze halbe Stunde und sucht einfach nur eine Person. Weihnachtsmütze auf. Weihnachten ist schon ein bisschen vorbei. Party zu Hause oder sowas. Was gibt der noch überhaupt? Oh mein Gott! Habt ihr meinen Bruder zufällig gesehen? Nein. Können wir die Reaction nochmal machen? Falls ihr meinen Bruder seht, grüßt ihr mal von mir, okay? Können wir noch irgendwas cooles kurz irgendwas machen? Drei, zwei, eins. Hi! Es könnte sein, dass es nichts wird. Stopp-Magazin. Ja? Wann lädst du aufs Video hoch? Samstag. Ciao. Bist du? Die hab ich jetzt schon zweimal gefunden. Ihr seht das jetzt gerade nicht, aber Chrissy sitzt jetzt gerade neben mir. Hi. Äh, ihr ist immer langweilig. Jo, zum Glück ist die Flasche leer und nicht zu, äh, nicht offen. Leute, wundern euch nicht. Es ist mittlerweile einfach schon der nächste Tag. Gestern Abend wurde es einfach zu lang. Jetzt geht's weiter. Ich hoffe, ey, ich hoffe so sehr, wir finden die direkt. Das ist schön. Ich versagen wir, es gibt uns aber ein bisschen durch. Moin! Ich werd schon mal nicht so gesell gemacht. Definitiv nicht, Ash. Ich hör euch hier gar nicht gerade. Habt ihr was gesagt? Warte, 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 warte. Hallo? Ist da jemand? Hallo? 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 Ist da jemand? Ach, keine Ahnung. Könnt ihr mal kurz schreiben, ob ihr meinen Bruder gesehen habt? Ähm. Der ist so elf ungefähr. Sieht ein bisschen aus wie ich. Okay, er, ne, eigentlich nicht. Nein. Nein. Okay, danke trotzdem für die Hilfe. Ich hab euch gehört übrigens. Nope. 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 Sorry. Was? Hallo? Hallo? Ach, Digga, das ist Fake. Wenn du der Echte bist, dann sag Hallo. Tschüss. Wer bist du überhaupt? Ich? Heiße Max. Ja. Ja, genau der. Oh mein Gott. Stopp, stopp, stopp. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Nein. Sag mal eins oder zwei. 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 Zwei war Skippen. Sorry Leute. Ey, wenn ihr das sehen. Liebe Grüße gehen raus an euch. Tut mir leid. Ich hab übrigens gehört, dass Ash noch Hausaufgaben in Mathe machen soll oder so. Keine Ahnung, ob ihr das jetzt schon gemacht habt. Eine Zahl. Was? Hey. Ich wollte wissen, was da stand. Ränder grad hier gewesen oder was? Ah. Alter, das ging ja mega schnell. Oh mein Gott. Ey, ich war ja schon schön heißer, aber jetzt. Alter, meine Aufnahme geht 7 Minuten und 40 Sekunden und ich hab euch gefunden. Rekord. Alter. Ich hätte ja nicht gedacht, es sind glaube ich knapp 300.000 oder 270.000 Leute online. Ich weiß. Ich weiß, wie viel heißer ist. Junge ging das schnell. Also gestern war ja echt Katastrophe, ne? Das waren zwei Stunden oder so, dann haben wir einfach abgebrochen. 7 Minuten, warum nicht gleich so? Warum nicht gleich einfach so? Wir haben mit dir gar nicht gerechnet. Ich hab schon Ash gesagt, frag mal was er anhat. Vor allem, ich hab grad fast geskippt, ne? Ey, wenn du das gemacht hättest. Ash, hast du denn hier eine Hausaufgaben in Mathe auf? Hast du die noch gar nicht gemacht? Doch. Sicher? Warum grinst du da so? Du hast gesagt, du hast es gemacht. Ich hab's gemacht. Ich hab's gemacht. Ja, diese Hausaufgaben musstest du noch im Buch. Hopp ich! Hat der! Zeig her, alles gut. Ich will's gar nicht sehen. Das ist ein Kaktus, der ist cool, ne? Was machst du eigentlich hier? Ich dachte nur Ash alleine hier. Nein, wir dachten schon. Ja stimmt. Stimmt. Ja. Hast du mit irgendjemand gesprochen? Äh, du hast gesagt, okay, du bist wahrscheinlich gar nicht echt jetzt, oder so. Ich bin einfach fake, weißt du? Jo, hau rein, mach dann dann Matheaufgaben. Am besten auch noch die für die nächste ganze Woche schon mal fertig machen. Oder? Ich hab' ich. Ich muss keine, also kann ich gar nicht so. Wer ist da? Papa ist da. Ach so, Papa ist da. Deine Kamera ums deucht euch. Auch nicht schon wieder immer aufnehmen, ey. Boah, Alter, was ist das für ein alter Mal, dass wir direkt wegskippieren. Wir wollen Fahrrad fahren gehen jetzt. Komm schnell. Ja, irgendein alter Mann darf auch mit TV. Ich krieg den weg. So, tschüss. 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 Also, ich will sagen, Leute, das war doch top. Lasst gerne einen Daumen nach oben. Da vergesst nicht beim Wintereditionsmatch vorbeizuschauen. Der ist nicht mehr lange erhältlich. Wenn dieses Video online ist, nur noch bis morgen, also Sonntag, der 31.01. ist ja noch da. Danach ist er weg. Also, schaut unbedingt in den ersten Link in der Videobeschreibung. Und dann will ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dahin und ciao.